Musik Ich hatte wirklich Angst davor, dass Deutsch und Russisch nicht zusammenpasst, aber durch Alex passt Deutsch und Russisch perfekt zusammen. Dankeschön, Alex. Also ich muss sagen, wir waren ja schon, also wir waren schon auf einigen Hochzeiten, wo Alex schon vertreten war, aber jetzt hatten wir ja Alex höchstpersönlich und wir können mit Abstand sagen, Alex ist der Beste. Der Beste mit Abstand und bringt alles perfekt unter einen Hut. Besser geht nicht, die Stimmung war fantastisch, es läuft immer noch einfach weiter, ganz flüssig. Ich finde so ein Pulli süß. Also, wer Alex schon will, braucht Alex. Wenn ihr euch entscheidet zu heiraten, nehmt Alex. Der macht euch alles, wie ihr das haben wollt. Dankeschön, Alex. Danke. Mord jetzt. Was hier bei dir mehr? Gorka, 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 Gorka. Gorka, 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 Gorka.